Sie sollten uns jetzt informieren. Hat Janett eine Lebensmittelvergiftung? Was für eine Lebensmittelvergiftung? Vermutlich der Verdauung im Morgen. Und die anderen? Janett ist ja kein Einzelfall. Die Frauen sind nach verschiedenen Mahlzeiten erkrankt. Wir fordern das... Warte! Du hast mich wohl auf der Bezau-Wartführung gebracht. Stimmt, kann ich nicht mehr, oder? Ja?